Es ist wunderschön, hier zu sitzen. Also ich glaube, ich habe einen der besten Jobs in der Welt. Weil jedes Mal, wenn wir so ein Treffen haben, habe ich so eine tantrische Liebesbeziehung. Aber nicht mit irgendjemandem. Also mit allen, die irgendwie offen sind. Es ist sehr schön hier zu sitzen. Ich hätte eine Frage, was mir so sehr auch gefallen hat. Dass sie sagten, dieses Selbst ist ein Freund, der neben uns geht. Also das ist so meine Metapher. Wir leben ja das Leben so, als ob wir denken, dass wir den Parkplatz gefunden hätten. Immer ich. Und mein Bild ist, dass wir so einen ewigen Freund haben, der uns immer begleitet und wie so ein Schatten mit uns geht. Und die Möglichkeit ist, dass wir uns zu ihm hinwenden können und unserem Freund begegnen können. Das ist natürlich eine Metapher. Es gibt nicht wirklich irgendwo hin, wo wir uns wenden können. Und dieser innere Freund, das ist unser Wesen. Unsere Essenz, wenn man so will, ist dieser innere Freund. Und es ist möglich, quasi von diesem Ort des inneren Freundes herauszuleben oder von seinem Wesen herauszuleben. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Also du kannst die Erleuchtung vergessen. Ihr seid alles schon erleuchtet. Aber die meisten von uns haben so eine Art Staub. Und deswegen sind wir damit nicht in Kontakt. Und in dieser Gemeinschaft hier schütteln wir einander, damit der Staub runterfällt. Und dieses Schütteln, das machen wir ja so im Alltag. Weil in diesem alltäglichen Zusammenarbeiten, dadurch kommen wir vielleicht in ein persönliches Drama oder alte Erinnerungen werden wach. Und diese alten Dramen oder Traumata oder Strukturen, die wollen wir einfach ausschütten, wegschütteln. Und dann bist du in dieser wunderbaren Leere. Und diese Leere, das ist ein anderes Wort für Sein. Und es ist total möglich, von dieser Leere heraus, aus dieser Leere herauszuleben. Und es gibt so eine Arbeit, die geschehen muss. Und die Arbeit beinhaltet den konditionierten Verstand quasi zu leeren, auszuschütten. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber alles, was ihr glaubt, dass ihr seid, oder das meiste zumindest, das ist dieser Quatsch, der ausgeschüttet werden muss. Und das ist nicht immer ein angenehmer Prozess, dieses Ausschütten. Und es braucht so eine innere Ehrlichkeit und eine innere Entscheidung, dass man das wirklich tut. Manchmal sagen die Menschen, mir gefällt mein Ego, das möchte ich überhaupt nicht loswerden. Aber wenn man in dieser Art und Weise leben möchte, von der ich spreche, dann muss man sein Ego loswerden. Ja, das möchte ich. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch. Yes, I want this. Das ist mein Wunsch. Okay, so komm und mach ihn mit. Ja, komm und mach ihn mit. Und du musst hier nicht leben. Ich habe eine Gruppe, die sich alle drei Monate besitzt. Ich nenne es die Sangha-Gruppe. Das bedeutet die Gruppe der nahen Menschen, oder die Menschen, die interessiert sind in diesem Arbeit. Also man muss hier nicht wohnen, um ihn mitzumachen. Ich habe so etwas, das nennt sich eine Sangha-Gruppe. Und das bedeutet so etwas, wie eine Gruppe, die mir nahe ist. Und das nächste Treffen ist vom 23. bis 25. September. Und wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr dieser Gruppe beitreten. Da sind also Leute drin, die sehr verbindlich sind. Diese Gruppe gibt es seit zwölf Jahren. Und natürlich sind in zwölf Jahren Leute aus der Gruppe geblieben und andere Leute geblieben. Also es ist ein aufgehendes Geblieben, aber es gibt immer diese Gruppe. Also in diesen zwölf Jahren sind natürlich Leute herausgegangen aus der Gruppe und neue Leute gekommen. Aber es ist eine kontinuierliche Gruppe. Und das ist manchmal etwas schwierig, weil man kann sich auf diesem Weg sehr alleine fühlen. Und deshalb ist es schön, wenn man Leute hat, die dasselbe Interesse haben und mit denen man sich sehr vertraut fühlt. Wie kann man mit dem Freund Kontakt aufnehmen, indem ich ganz stille bin, denke ich mal. So diese Stille. How can I come in contact with this friend when I am silent? I mean the best possible beginning is not to talk. Also der beste Anfang dafür ist nicht zu sprechen. Which is a very simple spiritual practice. Das ist eine sehr einfache spirituelle Praxis. But most people can't do it. Aber die meisten Leute können das nicht tun. Weil unsere Konditionierung hat uns beigebracht, dass wir uns immer in Beziehung gehen über das Sprechen. So wenn du aufhörst zu sprechen, da gibt es eine andere Sprache. Dass auch die Gedanken nicht mehr kreisen. Also wenn du das immer wieder machst, dann wirst du feststellen, dass die Aktivität des Verstandes immer weniger wird. Ja, das ist mein Wunsch. Das ist mein Desire. Gut. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wiederkommst. Ja, wir freuen uns, wenn du nächste Woche wiederkommst. Sehr schön, bis jederzeit herzlich willkommen. Danke. Ja, wir freuen uns, wenn du nächste Woche wiederkommst. relevantadores Sieg,이다lig haben. Danke, ja. Ja, wir freuen uns, wenn duroyable, epic im Lebens den quotaduc anst. Ja, wir freuen uns, wenn du dich 요즘 Sorgen